Natürlich, die Philosophie ist von vielen äußeren Bedingungen abhängig. Es ist auch kein Zufall, dass sie nicht in allen Ländern das gleiche Niveau erlangt hat. Also wir haben zum Beispiel im antiken Griechenland eine sehr weitentwickelt blühende Philosophie, was vielleicht auch daran lag, dass Griechenland zu dieser Zeit aus vielen verschiedenen relativ autonomen Stadtstaaten bestand. Als Griechenland dann ein Imperium wird, ist es nicht mehr so gut um die Philosophie bestellt. Das Gleiche gilt für Rom. Also man könnte sagen, dass Imperien die Philosophie eher ersticken als fördern. Eine weitere Epoche, in der das Denken geblüht hat, ist die italienische Renaissance. Wieder findet man hier eine politische Struktur vor, die aus vielen relativ autonomen Stadtstaaten bestand. Eine weitere Blütephase der Philosophie ist natürlich die deutsche Klassik. Wieder findet man hier eine politische Struktur vor, dass Deutschland damals in verschiedene konkurrierende Fürstentümer, kleine Königreiche geteilt war. Und man, also das lässt sich ja exemplarisch auch im Schicksal von Friedrich Schiller zeigen, der sozusagen in seiner Heimat in Baden-Württemberg Probleme hatte, Probleme hatte, diese Gegend verlassen musste. Und dann in der Gegend von Jena und später in Weimar dann sozusagen einen Ort fand, wo er seine Schriften verfassen konnte, wo er als Intellektueller legitimiert war. Ja, davon ist die Philosophie abhängig. Sie blüht in kleinteiligen, dezentralen politischen Einheiten auf. Sie braucht natürlich darüber hinaus auch eine Sprache, die besonders für die Philosophie geeignet ist. Die deutsche Sprache scheint sehr gut für die Philosophie geeignet zu sein. Heute haben wir jedoch eine Situation und insbesondere, ja, vielleicht seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Mitte des 20. Jahrhunderts haben wir eine Situation, dass die Philosophie tendenziell ihre Autonomie verliert. Also erstmal stand sie unter Druck, sowohl unter den Nationalsozialisten als auch in der Stalin-Ära. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir die Situation, dass die damals maßgeblichen Philosophen sich arrangieren mussten mit der Macht. Also das kann man zum Beispiel am Beispiel der Frankfurter Schule zeigen, die sozusagen Max Horkheimer musste Kontakt halten zu bestimmten, zum Kongress für kulturelle Freiheit, zu bestimmten Einflussgrößen amerikanischer Macht in Westdeutschland, um das Institut am Laufen zu halten. Und auch Georg Lukacs, der auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs sozusagen versuchte, als Philosoph zu arbeiten, musste sich arrangieren und manchmal korrigieren, um dort mit der Macht im Einklang zu bleiben. Trotzdem würde ich sagen, dass in beiden Fällen, sowohl bei Georg Lukacs als auch bei der Frankfurter Schule, jetzt der Autonomieverlust auch nicht total war. Es war sozusagen ein Arrangement. Und es gibt immer noch wertvolle Schriften und Bücher, die in dieser Zeit entstanden sind. Und ich würde jetzt auch nicht die Frankfurter Schule rein als ein Ideologieprojekt abtun, auf keinen Fall. Gleichzeitig kann man aber auch schon erkennen, wo es Kompromisse gegeben hat. Und dann entwickelt sich die Situation weiter. Der Kalte Krieg nimmt an Fahrt auf. Die Frankfurter Schule verliert, die Bedeutung nimmt ab nach dem Tod von Adorno. Und wir sehen dann in Frankreich eine neue philosophische Strömung aufkommen, die eine Haltung einnehmen, die erstaunlich gut zur westlichen Position des Kalten Krieges passt. Also Frankreich war ja sozusagen in den 50er Jahren noch ein Land, das etwas aufmüpfig war, das nicht der NATO beigetreten ist. Das versuchte, eine unabhängige Verteidigung aufrechtzuerhalten. Und das auch Intellektuelle hervorbrachte, die durchaus anti-amerikanisch bis zu einem gewissen Grade waren, wie Jean-Paul Sartre zum Beispiel, die für französische Unabhängigkeit votierten oder eine neutrale Position im Kalten Krieg für sich beanspruchten. Und diese Philosophen werden dann sozusagen ab den 70er Jahren ersetzt durch Philosophen, die das Böse im Osten lokalisieren, die sozusagen von dem Totalitarismus des sowjetischen Kommunismus schreiben. Diesen mit Marx natürlich assoziieren, aber auch mit Hegel und letztlich auch mit dem Christentum. Also die gesamte Traditionslinie, die sozusagen über Marx, Hegel und letztlich sozusagen zum christlichen Einfluss auf Europa führt, steht plötzlich in der Kritik. Und das passte sehr gut zum Kalten Krieg und entsprechend berühmt sind diese Philosophen auch geworden, auch wenn alle, nicht alle von ihnen jetzt wirklich eine hohe Qualität in ihren Analysen aufweisen. Und so sieht man dann, dass in den 80er Jahren ist dieses aufmüpfige Frankreich der 50er Jahre, hat sich vollkommen umgedreht und ist jetzt sozusagen von einem tendenziell anti-amerikanischen Land zu einem eher anti-sowjetischen Land geworden. Da gibt es sogar eine freigegebene Studie der CIA, die über den Freedom of Information Act an die Öffentlichkeit gelangt ist, mit den einen oder anderen Schmerzungen im Text. Und dieses freigegebende Dokument, ich glaube, das heißt Defection of French Intellectuals oder so ähnlich, ich müsste nochmal nachschlagen, wie es genau heißt. Und da wird sozusagen in einem suffisanten, teilweise ironischen Ton konstatiert, wie sehr Frankreich sich sozusagen zugunsten der USA intellektuell transformiert hat. Und da wird besonders die Bedeutung von Michel Foucault hervorgehoben, dass er Enormes geleistet habe für sozusagen die neue Ausrichtung der Intellektuellen in Frankreich und wie froh man in den Vereinigten Staaten über diesen Philosophen ist. Also es ist sehr interessant, dieses Dokument zu lesen. Also es ist sehr interessant, dieses Dokument zu lesen.